Zucker-Junkies, Folge 232. Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3. Vermeide Unterzuckerung mit Glucosewerten jede einzelne Minute in Echtzeit direkt auf deinem Smartphone. Alles mit dem derzeit kleinsten und flachsten Sensor der Welt. Mehr Infos auf freestylelibre.de Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zucker-Junkies da draußen. Ja, heute gibt es wieder eine Folge mit Glucose, nicht Nerdwissen. Ja, wobei es geht so vielleicht ein bisschen teilweise in die Richtung. Und zwar haben wir heute mal ein echt spannendes Thema. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wer eigentlich davon schon wusste oder es kennt oder mal davon gehört hat. Ey, wir haben noch nicht mal eine Minute. Ich habe es schon versprochen. Krasses Ding. Na egal. Heute sprechen wir mal über eine Sonderform, die nennt sich Lada. Nein, nicht das Auto. Bei der Behandlung, nämlich von uns lieben Menschen mit Diabetes, ist es irgendwie richtig wichtig zu wissen, nämlich welche Art von Diabetes wir haben. Ich packe mal in die Shownotes. Es gibt auch verschiedene. Es gibt Typ 1, es gibt Typ 2, es gibt Typ 3 und heute lernen wir in meiner Welt Typ 1,5 kennen. Ja, schaut mal in die Shownotes. Da habe ich nochmal ein bisschen was reingepackt. Wenn wir nicht richtig diagnostiziert werden, jetzt werden sich viele fragen, was ist denn jetzt los? Ja, ja, hört mal zu. Erhalten wir nämlich oft nicht logischerweise auch die richtige Behandlung. Also wenn du Typ 1 bist und wirst wie Typ 2 behandelt, doof. Wenn du Typ 2 bist und wie Typ 1 behandelt wirst, auch doof. Ist schon irgendwie ein bisschen klar. Ihr werdet, das löst sich gleich auf, keine Angst. Wenn du also die Diagnose gestellt bekommst, grüß Gott, du hast Diabetes, da verlässt du dich doch irgendwie da drauf. Du denkst, ja, der hat das ja studiert. Ja, oder auch nicht. Aber egal, aber irgendeiner wird es ja wohl wissen, wenn wir da da sitzen, ja, sagen wir, nö, 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 mag ich nicht. Ich gehe jetzt wieder heim. Also, wir verlassen uns irgendwie darauf, weil man hat ja irgendwie einen Bluttest gemacht, ja, oder irgendwelche körperliche Anzeichen. In dem Fall, wenn du es echt verpennt hast, ja, dann, naja, eben halt an der Art und Weise, wie dein noch nicht erkannte Diabetes fortgeschritten ist. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt vielleicht teilweise, aber für viele, die das jetzt halt nicht kennen, gehen wir halt mal ganz kurz rein, dass wir das nochmal gelernt haben, was ist Typ 1 und was ist Typ 2, ne, so richtig Schublade auf. Wenn jüngerer und dünn, äh, wenn du irgendwie, also, ne, so, wenn du jung und dünn bist, ja, ähm, mit einem schweren und plötzlichen auftretenden Diabetes, eine Keteozydose, sprechen wir, sprechen wir in der Regel von einem klassischen Typ 1 Diabetiker. Ich fall da schon mal raus, weil ich war alt. Ja, jetzt geht's nicht los. Also, was heißt alt? Äh, 30, hallo? So, ein älterer Erwachsener, der übergewichtig ist und einen langsameren Anstieg der Glucose hat, ist wahrscheinlich ein Typ 2 Diabetiker. Habe ich ja dann logischerweise auch nicht reingepasst. So, aber jetzt geht's halt nicht los. Tag für Tag, ja, werden diese einfachen Merkwale angewandt und irgendeine schnelle Diagnose gestellt. Ähm, auch bei mir war das damals so, ja, ein hoher Zuckerwert, 30 Jahre, Typ 2 und zack, habe ich eine Diät bekommen mit 1500 Kilokalorien, obwohl ich durch den Diabetes schon 5 Kilo verloren habe. Bei 65 Kilo und einer Körpergröße von 1,77, merkst du was? Also, ich habe nämlich dann 60 Kilo gewogen und ich wurde auf Diät gesetzt mit der Bitte, ich soll doch jetzt mal eine Woche meinen Blutzucker messen. Und, äh, strenge Diät. Geil. Tja, so schnell kann's gehen, ne? Warum hat sie nicht ins Muster gepasst? Ist zu alt, ja, ähm, das muss ein Typ 2 sein. So, und leider spielt uns halt immer das Leben so einen kleinen Streich. Ja, und somit, äh, sind immer wieder einige Typ 2 Diabetiker gar keine Typ 2 Diabetiker, sondern haben einen sogenannten Lada. Und, ja, ich rede jetzt nicht darüber, dass jeder Typ 2 Diabetiker gleich einen Lada hat. Also, und ich meine jetzt auch nicht das Auto. So, aber den Hersteller gibt's wirklich, also der ist echt kein Scheiß. Ich weiß auch nicht, irgendjemand, naja, aber es löst sich jetzt gleich auch, weil Lada heißt latent autoimmune Diabetes, Diabetes, das klingt nett, ne? In Adult. Oder auf Deutsch steht für latenten autoimmune Diabetes bei Erwachsenen. Auch nicht besser, oder? Okay, es ist einfacher zu verstehen, wenn man die Bedeutung latent einfach mal nachliest. So, die große und mächtige Frau Google erzählt uns nämlich Folgendes darüber. Vorhanden, aber, in Klammer, noch nicht in Erscheinung dretend. Nicht unmittelbar sichtbar oder zu erfassen. Und als Beispiel eine latente Gefahr. Ja, aber ist doch geil, oder? Wenn ich sage, hier, eine latente Gefahr, das ist ja noch keine Gefahr, aber unmittelbar vielleicht. Ja, also deswegen. So. Die Person, nennen wir sie jetzt einfach mal Mr. X, trägt Antikörper wie bei einem Typ 1 in sich und braucht in der ersten Zeit auch noch keine Insulin und ist meistens älter und muss nicht unbedingt übergewichtig sein. Also nicht wirklich Typ 1, aber auch nicht wirklich Typ 2. Somit nehme ich jetzt also das ganze Ding dazwischen und nenne es jetzt Typ 1,5. Ja, oder in der Sprache von Liskie-Liebhaber, es handelt sich jetzt hier um einen sogenannten Blended Diabetes. Weil das ist so ein Mischmasch. Ja, ein, es ist technisch gesehen so ein Untertyp von dem Typ 1 Diabetes. Ja, aber seine Merkmale geben ihm eben so ein Aussehen, so eine Art Mischung. Ja, und daher mein Vergleich eben mit diesem Blended Whisky aus Typ 1 und Typ 2. Ähm, aber ihr merkt, das ist echt ein Kack, ja, und ich möchte auch irgendwie nicht in der Haut stecken, um das dann zu entscheiden. Kann vielleicht ein bisschen schwierig werden. So, dummerweise gibt es aber diesen alten Spruch, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht oder isst er nicht. Und wenn man halt diese Laderform nicht kennt, ja, wie soll man sie dann erkennen? So, Typ 2 Diabetes, um jetzt mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu hauen, ist mit über 400 Millionen Menschen weltweit unglaublich weit verbreitet. Und ich nenne es ja langsam auch Pandemie. Somit haben wir auch wirtschaftlich, ich weiß, das hören jetzt nicht viele gerne, gell, aber auch wirtschaftlich haben wir da natürlich einen super Fokus drauf. Hey, 400 Millionen potenzielle Kunden. Leck mich am Schöbli. Ja, also da vergisst man vielleicht auch mal ganz schnell freiwillig, ja, dass es andere Formen gibt. Aber nur, dass ihr mal die Zahl habt, vier, über 400 Millionen Menschen. Und das leider steigend, nicht fallend. Schätzungen zufolge haben Menschen, bei denen Typ 2 Diabetes ohne Bezug zu Fettleibig diagnostiziert wurde, tatsächlich eine Tendenz zum Lader. Und nein, ich meine jetzt schon nicht wieder das Auto in der Garage. In irgendeiner Studie habe ich nämlich auch mal aufgeschnappt, dass bis zu 10 Prozent der Typ 2 Diabetiker falsch diagnostiziert wurden und eigentlich einen Lader haben. 10 Prozent, 10 Prozent, das rechnen wir mal ganz kurz, von über 400 Millionen Typ 2 Diabetiker weltweit sind mal eben 40 Millionen fehldiagnostizierte Typ 2 Diabetiker. Krass. Okay, wir schärfen jetzt mal ein bisschen unser Bewusstsein. Der klassische Typ 1 Diabetes tritt am häufigsten, ich weiß, Schublade, in der Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter auf. Dazu zähle ich jetzt mal mich damals mit 30. Und hat häufig diesen schnellen Beginn, der dadurch verursacht wird, dass das eigene Immunsystem, ja quasi diese insulinproduzierenden Zellen, in unserer geliebten Bauchspeicheldrüse einfach zerstört. So, Typ 2 beginnt in der Regel in einem späteren Alter und hat einen schleichenden Verlauf, der eher durch Resistenz gegen Insulin bekannt ist und jetzt mal nichts mit einem Autoimmunangriff zu schaffen hat. So, Lader ist also eine Mischung aus diesen Eigenschaften und wenn wir bestimmte Schlüsselkomponenten eben nicht erkennen, kann es ziemlich leicht zu Fehldiagnosen, ja wie den Typ 2 Diabetes kommen. So, was ist jetzt der beste Weg? Der beste Weg, Diabetes natürlich zu diagnostizieren, ist wie immer in einem frühen Krankheitsverlauf, habe ich Krankheit gesagt, ja, aber wenn du halt so recherchierst und Massen tust, aber es ist halt wirklich so, naja, in dem Verlauf halt, bevor sich diese Symptome entwickeln. Also idealerweise, wir kennen den Checkup beim Doc routinemäßig, übrigens auch wenn du nicht krank bist, mach das doch einfach, das ist jetzt nicht so wild. Und, ja, kann man natürlich dann auch mal bemerken, hoppala, da sind die Blutzuckerwerte zu hoch, ja, oder vielleicht ein bisschen höher als normal oder der Langzeitwert spinnt ein bisschen. Ja, wie schon gesagt, du musst noch nicht mal übergewichtig sein, ja, da darfst du echt mal das Klischees beiseite lassen. Wenn sich jetzt der Blutzucker ordentlich im oberen Sektor tummelt, wird es schon spannender, weil, denn, dann kommen nämlich die typischen Symptome ins Spiel. Und, ja, du nimmst natürlich auch unbeabsichtigt ab, ob du willst oder nicht, dann kommt da ordentliche Durst dazu und du fängst an zu pinkeln. Ich packe da mal manchmal gerade die Notiz in die Shownotes, so eine kleine, da habe ich mal so einen Flyer gemacht, Anzeichen, zwölf Symptome, wo du wie Bullshit-Bingo kannst du dann spielen. Du machst immer so ein Kreuzwort, hast du jetzt gerade Gewicht verloren, Bullshit, naja, nicht Bullshit, das hast du, ja, viel trinken, jawohl, Kreuzle machen, mach aber nicht so viele Kreuzle, sonst hast du nachher echt einen Kreuzle. Aber wo das ist, das verrate ich dir nicht. Jetzt wissen wir ein wenig ein bisschen über diesen Ladern, dann schauen wir uns doch jetzt nochmal folgendes Beispiel an. Eine Person in den 40ern oder 50ern, eher schlank als schwer, die jetzt gerade mit der Diagnose Typ 2 heimgeht, könnte somit jetzt also unter dem Verdacht stehen, dass es irgendwie nicht so ganz der Norm eines typischen Typ 2 entspricht. Menschen nämlich mit Lada brauchen Insulin viel früher im Verlauf der Behandlung, was ebenfalls jemanden hellhörig machen sollte. So, und manche Typ 2 Diabetiker brauchen zum Beispiel nie Insulin, oder einfach eher, das dauert, also ich kenne jetzt nicht so viele und wenn, dann nehmen sie vielleicht diese Pieksen halt einmal so in einer Woche oder was weiß ich, und nehmen halt Tabletten. Aber es dauert auf jeden Fall schon einige Monate, ich würde sogar sagen Jahre, bis wir bei dem Punkt sind, dass die Insulin brauchen. Daher sollte man immer irgendwo mal dran denken, da war doch mal was mit Lada. Das habe ich bei dem Onkel Zuckerjunkie doch mal gehört. Das Immunsystem bei Typ 1 und Lada produziert Antikörper gegen die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse und diese können mit relativ einfachen Bluttesten nicht auch gemessen werden. Also ihr merkt, das ist gar nicht so wild. Ja, und sind die dann vorhanden, diese lieben Antikörperchen? Tata, die Diagnose haben wir bestätigt. So, Lada Diabetes Antikörper, was? Ja, so, da gibt es so nette Tests für Antikörper. Der häufigste Test, wo ich so gelesen habe, nennt sich GAD65. Und ich liebe Wikipedia. Wenn man da einfach mal sich reinkniet, gibt es auch eine hübsche, schöne theoretische Beschreibung dafür. GAD65, jetzt gucken wir mal, ob ich es rausgehauen bekomme. Heißt Glutamat-Dekarboxylase-Antikörper. Wir reden jetzt mal rückwärts. Ne, das ist, was steht da noch drin? Blablabla, nachweisbar, insbesondere bei Erwachsenen mit neu aufgetretener Zuckerkrankheit. Geil, oder? Dass die das Wort Zuckerkrankheit da noch immer nennen. Dient dazu, frühzeitig eine Typ 2 von einem Typ 1 Diabetes zu unterscheiden. Aha. Und in Klammer, siehe auch Lada. Hey, das Wort, ihr werdet davon träumen. Also, ja, bis auf Zuckerkrankheit finde ich das ziemlich geil, wie ich es beschrieben habe. Und das Wort Glutamat-Dekarboxylase, jetzt habe ich es verkackt, klingt richtig cool. Ein weiterer Test, der hilfreich ist, wenn man versucht, Lada von Typ 2 Diabetes zu entscheiden, ist die C-Peptide zu messen. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. So, mit diesem Test bekommst du nämlich heraus, wie viel Insulin deine Bauchspeicheldrüse noch produziert. Meine ja, nicht die faule Socke. Ganz einfach heruntergebrochen, jedes Molekül dieses C-Peptides, das gemessen werden kann, bedeutet, dass ein Molekül Insulin in deinem Körper gebildet wurde. So, und da die Herstellung von Insulin gleichzeitig der einzige Ort ist, an dem dieses Zeug herkommt, ist die Bestimmung doch auch so einfach. Kurz gefasst, Peptid niedrig oder wenn es keins gibt, produzierst du, beziehungsweise deine lahme Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin. So, niedriger Spiegel, somit ein Zeichen für Typ 1 oder eben Lada. Ja, das wird noch ein Song. Typ 2 Diabetes ist jetzt eher der Endgegner für das Insulin. Er ist einfach resistent gegen diesen geilen Stoff. So, die Bauchspeicheldrüse versteht jetzt die Welt nicht mehr und haut einfach tonnenweise immer mehr Insulin raus. Und jetzt haben wir ja vorhin was gelernt über das C-Peptid. Wenn man das jetzt misst, so sind diese logischerweise was? Nicht niedrig, richtig, sondern was? Hoch, genau. Wir haben vorher gelernt, also wenig C-Peptid, wenig Insulin, viel Zeptid, Peptid. Was? Na? Richtig, viel Insulin. Es ist also unglaublich wichtig, also ich möchte nicht sagen einfach, aber es ist wichtig und echt richtig, diese Diagnose zu finden mit so einfachen Mitteln. Das haben wir zur Verfügung. Und das kriegt ihr aber nur hin, wenn ihr mal regelmäßig zum Checkup geht. Dummerweise muss man das wahrscheinlich irgendwie immer sagen, aber mein Gott, wenn das Ding schon in den Brunnen gefallen ist, einfach mal dran denken, ein bisschen am Blut rumnuckeln und die C-Peptide zu bestimmen oder eben diesen super GRD, wie heißt das GRD, GRD 65, ja. Also ich habe es ja schon, also bei mir ist es richtig diagnostiziert worden, alles gut. Und Lada wird halt am Ende wirklich mit Insulin behandelt. Das können jetzt dann wieder die klassischen Penner-Therapien sein, also Insulin-Pen für kurzsames Insulin oder das langsame, langwirksame Insulin. Oder wie ich, ein Leben jetzt mittlerweile auf Pump mittels einer klassischen Insulinpumpe, sei es jetzt mit oder ohne Schlauch. So, der einzige Vorteil vom Lada ist, habe ich jetzt Vorteil gesagt? Ja, ich glaube schon, ne. Der einzige Vorteil ist, dass das ganze Ding echt arschlarm ist. Also, klar, es schädigt halt deine insulierend produzierenden Zellen, aber eben halt so schleichend, ja, das schleicht so vor sich hin. So, wenn ihr googelt mal ein bisschen dieses Auto oder sucht halt auf der Suchmaschine, die ihr wollt, das Auto Lada, kein Wunder, wahrscheinlich haben sie das Ding genommen als Symbol. Also man muss nicht gleich auf Insulin umsteigen, das will ich damit meinen. Das ist ja dieses Verrückte, die denken, ja, der braucht kein Insulin. Na, dann ist es doch eher ein Typ 2. Aber anhand der C-Peptid-Bestimmung, ja, da können halt einige Docs dann doch wiederum bestimmen, ja, wann es sinnvoll ist, die Nadel jetzt endlich anzusetzen. Also man kann da wirklich, also die ganz Schlauen, die erkennen, wie die es machen, weiß ich nicht, die sehen da, ne, die Anzahl von diesem C-Peptid und können irgendwie sehen, okay, jetzt hast du es noch chillig, aber demnächst müssen wir an die Nadel. Ja, okay. Ja, kann man ja wohl machen. Ich habe mal so was gefunden über diese ganze Thematik, ja, wie sieht es aus mit oralen Medikamenten, ja, oder nicht-Insulin injizierende Medikamente. Da gibt es Stichwörter wie DPP-4-Hämmer, GLP-Medikamente. Ich habe es mal verlinkt, könnt ihr nachlesen, war mir zu trocken. Da schlaft ihr mir ja am Steuern, das geht nicht. Und sowieso nicht einfach irgendwelche Sachen kaufen, sondern immer brav mit dem Onkel-Doktor reden. Mein Fazit. Lada ist in meinen Augen von Typ 1 und Typ 2 definitiv zu trennen. Ja, es ist ein Autoimmunangriff auf die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse, aber es verhält sich doch anders. Es kann anders behandelt werden und es ist doch viel langsamer als Typ 1, ja, weil es eben nicht so mit Krach, Bum, Bang, hier bin ich, einsteigt, sondern eher so chilly, smooth, ja, so ganz völlig entspannt, da herschleicht. Ja, ganz klar, also ein Zwischending. Mein und alles Geliebtes Typ 1.5 Diabetes. Es bleibt für mich jetzt ein Zwischending Typ 1.5 Diabetes, bis diese Transuse Lada sich halt mal entschieden hat, richtig in das Camp Typ 1 einzusteigen. Ja, mein Lieben, ein paar Dinge habe ich in die Show Notes gepackt, haben wir wieder was gelernt, so trocken war das jetzt noch nicht wieder, oder? In diesem Sinne recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zucker-Junkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zucker-Junkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald. Bis bald.